Hey ho Leute, ich bin gerade erst aufgestanden, deswegen werde ich mich wahrscheinlich ein bisschen verplant anhören, ein bisschen müde, aber es macht ja nichts. Nichtsdestotrotz möchte ich euch heute mal eine kleine Aufnahme zeigen, die ich und Chris gestern in einer Aufnahmesession von Minecraft Hardcore aufgenommen haben. Ähm, die Stimmen, die ihr in diesem Video oder in dieser Szene hört, ähm, ist nicht eingefügt worden und soll auch nicht als Prank gelten. Mich hat's nur verwundert, warum die ganze Zeit immer jemand, I like you, I love you, äh, 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 ja, da drinnen, äh, rumgelabert hat. Und vor allem, ich hab meine Minecraft-Sounds, also die Musik selber, hab ich ausgestellt und, und, und die, und die Tiere können das ja so, glaub ich, gar nicht, selbst gar nicht machen, oder? Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, oder die Monster oder sonst irgendwas, hört's euch einfach mal an. I like you, I love you. Ich hör nix. Ich hör nix. Was ist das? Was ist das? Hä? Ich hör es nix.